Ich bin Jeremy und in der Ausbildung zum Fachlagerist bei der Firma Nutrich-Emmendot. In der Ausbildung bin ich überwiegend in der Logistik und im Lagerbereich der Firma tätig. Wir kommissionieren die Ware für die Firma in eigene Produktion und versorgen sie ständig mit wichtigen Materialien. Hierfür haben wir bei der Firma Nutrich-Emmendot ein sogenanntes chaotisches Lagersystem mit über 18.200 Euro-Paletten Stellplätzen. Die Ausbildung zum Fachlageristen ist auch sehr abwechslungsreich. Die Lagerplätze werden digital in unserem wahren Wirtschaftssystem erfasst und gekennzeichnet. In unserem Hochregallager wird nach dem Bestellen der Lagerplätze alles vollautomatisch ausgelagert und von uns an die Produktion weitergegeben. Im Anschluss an unsere Ausbildung hat man bei uns die Möglichkeit, die Weiterbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik innerhalb eines Jahres abzuschließen. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Im Anschluss an unsere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerprojekte. Vielen Dank.